Healing takes time Kapitel 2 Unruhig ging Harry im Warteraum des St. Mungus auf und ab. Immer wieder knetete er seine schwitzigen Finger. Sein ganzer Körper kribbelte vor Anspannung und seine Kehle war wie ausgetrocknet. Harry, bitte, setz dich hin. Du machst mich ganz schwindelig. Bittend sah Hermine zu ihm auf. Sie war von Harrys Chef informiert worden und sofort ins Mungus geeilt. Nun saß sie ebenfalls im Warteraum und strich sich über ihren Bauch. Harry sah zu ihr und nickte, er sich neben seine beste Freundin auf einen der Stühle setzte. Tut mir leid, sagte er abwesend. Hermine drehte sich zu ihm und er spürte ihren sorgenvollen Blick auf sich. Ich merke, dass es dir wieder schlecht geht, sagte sie und Harry drehte den Kopf weg. Mir geht's gut. Kam es genervt von dem Auro an. Er wusste genau, dass Hermine es sah. Sie hatte es immer gesehen. Er hatte direkt nach dem Krieg schlimme Monate gehabt, aber es irgendwie geschafft weiterzumachen. Nun kamen die Anfälle, wie er sie selbst nannte, immer wieder mal. Aber in den letzten Wochen so heftig, dass er selbst kaum noch weiter wusste. Aber zugeben konnte er es nicht. Lass uns dir helfen, hörte er nun Hermine sanfte Stimme. Womit genau? Ich habe gesagt, dass es mir gut geht, also heißt das, dass es mir gut geht, sagte er schnell und so vehement, dass es ihm schon fast wieder leid tat. Was, was ist da draußen passiert? Wollte Hermine nun sehr leise wissen. Harry holte tief Luft und zwang sich, wieder zu ihr zu schauen. Ich habe einen Fehler gemacht, okay? Ich habe einen verdammten Fehler gemacht. Es war dunkel. Und was ich für einen Fluch hielt, kam direkt auf uns zu. Ich habe nur aus Instinkt gehandelt. Du hättest eines der Kinder treffen können. Glaubst du, das weiß ich nicht? Harrys Stimme war laut und hallte in dem leeren Raum wieder. Plötzlich hörten sie ein Räuspern und beide sahen auf. Draco stand im Raum und blickte nun zu Hermine. Mrs. Granger, Sie dürfen Ihren Mann jetzt sehen. Seine Verletzung werden, da Sie nicht direkt durch den Fluch verursacht wurden. Schnell heilen, ohne Narben zu hinterlassen. Sagte er und wagte einen kurzen Blick auf Harry, er wieder zu Hermine sah. Diese stand mühsam auf und ging auf Draco zu. Sanft berührte sie ihn an der Schulter. Ich danke dir, Draco. Sagte sie und verließ den Raum. Draco fühlte sich plötzlich äußerst unwohl und eilte mit einem letzten Nicken in Richtung Harry davon. Dieser sah ihm verwirrt nach. Harry musste zugeben, dass es seltsam war, nach all den Jahren Draco wieder gegenüber zu stehen. Es war bei dessen Gerichtsverhandlungen, als sie das letzte Mal in einem Raum zusammen waren. Damals war Harry nur als Zuschauer dabei, hatte sich aber im Hintergrund für Draco eingesetzt. Er war sich sicher, dass dieser davon nichts wusste und Harry legte auch keinen Wert darauf. Aber irgendwas hatte die Begegnung heute mit dem anderen in ihm ausgelöst. Er konnte nur nicht sagen, was es war. Nun stand er seufzend auf und machte sich ebenfalls auf den Weg zu Ron. Draco betrat den Aufenthaltsraum der Heiler und zog sich den typisch grünen Umhang von den Schultern, ehe er den Brustgut ablegte, an welchem mehrere kleine Fläschchen befestigt waren. Schwer atmend hängte er beides in seinen Schrank und drehte sich um. Mika saß ebenfalls bereits umgezogen am Tisch und sah ihn mit schiefgelegtem Kopf nachdenklich an. »Ich wette, das war überhaupt nicht unangenehm«, sagte sie dann lächelnd. »Was? Die alte Gang zu sehen? Das goldene Trio? Die Leute, die du gehasst hast? Oder hasst? Den verdammten Harry Potter, der dich fast zu Tode geschlitzt hat?« Sagte sie und steckte sich eine Kirsche in den Mund. Draco griff sich unbewusst an die Brust. »Davon habe ich dir nie erzählt. «, sagte er mit zusammengekniffenen Augen. »Ein kleines Vögelchen.« »Mika?« »Na gut. Vor langer, langer Zeit, in den ersten Wochen, in denen wir zusammen gelernt und gearbeitet haben, konnte ich einfach nicht herausfinden, was mit dir los war. Das war auch die Geburtsstunde der Vampirtheorie. Aber dann sah ich dich diesen Apfel essen.« »Mika«, stöhnte Draco. »Ja, ja, also, ich wusste, dass ich deinen Namen irgendwoher kannte. Also habe ich nachgeforscht. Weißt du, es gibt ziemlich viel Geschriebenes über dich und deine Familie. Ich habe sogar ein bisschen tiefer gegraben und ein Interview gefunden, in dem jemand über deine und Potters intensive Beziehung gesprochen hat.« »Bei Merlin«, stöhnte Draco erneut und rieb sich die Augen. »Aber dann sind du und ich beste Freunde geworden und du hast mir alles ohnehin erzählt. Abgesehen natürlich von deinem Badezimmerduell mit Potter.« Schloss Mika, sich eine weitere Kirsche in den Mund steckend. Draco schüttelte den Kopf und biss sich auf die Lippen. »Meine Schicht ist vorbei. Ich gehe jetzt nach Hause.« Sagt er knapp, griff nach seinem Mantel und hatte schon die Hand an der Tür, als er Mikas Stimme hörte. »Wir sehen uns am Samstag!« rief sie und lachte. Draco schloss noch einmal die Augen, dann nickte er und verließ den Raum. Es war inzwischen wirklich spät. Die Heiler hatten nichts dagegen einzuwenden, dass Ron die Klinik verließ. Sie versprachen, dass von den Verbrennungen und der Platzwunde in zwei Tagen nichts mehr zu sehen sein würde. »Tut mir echt leid«, sagte Harry zerknirscht und half Ron, sich seinen Umgang anzuziehen, während Hermine auf dem Bett saß und sich Rons Abendessen schmecken ließ. »Blödsinn, Kumpel. Das war ein Unfall. Hätte mir auch passieren können.« »Ja, durchaus«, kam es von der kaudenden Hermine, was dieser einen strengen Blick ihres Mannes einbrachte. »Nein, das hätte nicht passieren dürfen«, sagte Harry schnell und seufzte. »Ja, vielleicht nicht. Aber, na ja, du musst dich einfach mal entspannen. Andere Leute sehen, dann wird das schon wieder«, sagte Ron und Harry nickte. »Ja, vielleicht hast du recht. Na schön, ich komme zum Spiel«, sagte er lächelnd. »Sehr gut, dann lass uns gehen. Ich habe keine Lust mehr, für noch mal über den Weg zu laufen«, sagte Ron. »Ron«, Hermine stand auf oder besser gesagt versuchte es. Sofort eilte Harry zu ihr, um sie auf die Beine zu ziehen. »Ja, das war das.« »Danke. Und, Ron, lass das. Er hat dir immerhin geholfen und dich versorgt«, sagte sie streng. Ihr Mann rollte mit den Augen. »Ja, schon gut. Und doch ist es Malfoy«, sagte er. »Hermine hat recht, Ron. Lass das. Wir sind erwachsen und das alles ist lange her«, sagte Harry. »Verteidigst du etwa, was er getan hat? Nein, aber wir müssen einfach weitermachen, okay? Was hilft der Hass?« Ron sah seinen besten Freund forschend an und nickte dann. »Na schön, also raus hier«, sagte er dann und nahm Hermines Hand. Als sie in die Eingangshalle traten, schlug ihnen sofort Blitzschichtgewitter entgegen. Mehrere Reporter und Schaulustige umringten sie beinahe sofort. Harry war wie paralysiert und starrte abwesend in die auf ihn gerichteten Kameras. Während Ron die Aufmerksamkeit zu genießen schien und seine Wunden am Hals etwas zu offensichtlich in die Kamera zeigte. Kopfschüttelnd, mit einem amüsierten Lächeln auf den Lippen, beobachtete Hermine ihren Mann. »Mr. Potter, stimmt es, dass Sie heute Abend in der Nocturngasse überfallen wurden?« »Potter, Zauberer und Hexen in ganz Großbritannien wollen wissen, ob die Straßen sicher sind.« »Harry, erzählen Sie uns mehr über die Trennung von Mrs. Reesley im letzten Jahr. Können Sie die Gerüchte über die neue Beziehung Ihrer Ex-Freundin bestätigen?« Die Rufe der Journalisten wurden immer lauter. Harrys Atmung wurde schneller. Wieder tauchten Bilder aus seiner Vergangenheit vor ihm auf. Er blutend und mit leerem Ausdruck in die Kamera starrend, kurz nach Sirius' Tod. Immer wieder sieht er diesen Fallen, sieht die Journalisten, fatsch. Sein Herz rast. Plötzlich spürt er einen festen Griff an seinem Unterarm und die Flashbacks verschwanden. »Harry, was machst du denn? Komm schon!« hörte er Hermine sagen und kurz darauf verließen sie das Krankenhaus endgültig. Stöhnend richtete sich Harry in seinem Bett auf. Wieder war sein Schlaf voller Albträume. Wieder hatte er sich kaum erholen können. Seufzend schwang er die Beine vom Bett und stand auf. Warum kamen die Flashbacks, die Schlafstörungen und all das jetzt wieder? Ein paar Jahre hatte er ohne all das leben können. Lag es an der Trennung von Ginny? War sie es, die ihm geholfen hatte, ruhig zu schlafen? Wäre es aber am Ende nicht verdammt egoistisch gewesen, sie nur deswegen an sich zu binden? Ja, das wäre es. Harry ging in die kleine Küche seiner Wohnung. Er war froh, inzwischen hier zu leben und nicht am Grimmel Place. Das alte Black House würde alles nur schlimmer machen. Er kochte sich einen Kaffee und nahm den Tagespropheten zur Hand, der eben noch vor dem Kamin im Wohnzimmer gelegen hatte. Doch als er die Überschrift las und sein Bild darunter sah, drehte ihm sich der Magen um. Harry Potter und Ron Weasley bei Angriff verletzt. Stand dort. Sein Zeitungs-Ich starrte unbewegt und abwesend in die Kamera. Sofort schnürte sich sein Hals zu und er wischte die Zeitung vom Tisch. Scheiße. Stöhnte er und vergub das Gesicht in den Händen. Oh, wie schön, dich zu sehen, Harry. Es ist schon viel zu lange her. Molly Weasley kam auf Harry zugeeilt. Dieser stand zusammen mit Ron und Hermine in der Loge und verfolgte das Spiel. Nach dem unerfreundlichen Morgen hoffte er, dass ihn das alles hier etwas ablenken würde. Natürlich hatte Hermine wieder gesehen, wie schlecht er geschlafen hatte, aber zu Harrys Erleichterung hatte sie dieses Mal nichts gesagt. Sie auch, Mrs. Weasley, sagte er nun lächelnd. Ich hab dich nicht mehr gesehen, seit du und Jenny. Nun ja, sagte die Frau etwas verlegen. Unbeholfen verzog Harry das Gesicht und wandte seinen Blick zu all den Leuten, die auf der Tribüne saßen. Seine Atemwege verengten sich und wieder begann sein Herz zu rasen. Schnell nahm er einen Schluck aus seinem Pappbecher, um die aufkommende Panik niederzukämpfen. Hermine, wie fühlst du dich? hörte er nun Molly fragen und blickte wieder zu ihr. Hungrig. Ich bin ständig am Verhungern, sagte Hermine und biss von ihrem Sandwich ab. Mir ging es mit Ron genauso. Und mit den Zwillingen erst recht, sagte Molly Weasley und lachte. Harry kniff die Augen zusammen. Er musste dringend hier raus. Er lehnte sich dicht zu Ron, damit dieser ihn über den Lärm hinweg verstand. Ich bin gleich wieder da. Ich brauch nur etwas... Luft, sagte er. Ron sah ihn forschend an und nickte. Soll ich mitkommen? Nein, nein, alles okay, ich beeil mich, sagte Harry und verließ die Loge, so schnell er konnte. Verwirrt und sichtlich besorgt, sahen ihm Ron und Hermine nach. Mika und Draco saßen nebeneinander zwischen all den Menschen auf der Tribüne. Fox stopfte Popcorn in sich hinein, während Draco an einem Kaffee nippte. Kaffee beim Quidditch, das kann auch nur dir einfallen, sagte Mika spöttisch, ohne den Blick vom Geschehen auf den Platz zu wenden. Was dagegen? Nein, aber es ist schon sehr... spießig, sagte die junge Frau grinsend. Wenn du meinst, sagte Draco und nahm einen weiteren Schluck. Weasley punktet! Der Ruf des Kommentators wehte über sie hinweg und Jubel brandete auf. Hast du gehört, dass sie Harry Potter für eine andere Frau verlassen haben soll? fragte Mika nun und betrachtete den anderen aus den Augenwinkeln. Es gibt absolut nichts, was mich weniger interessiert als Potters erbärmliches Liebesleben, antwortete dieser schmallippig. Mika schnaubte und stieß ihm in die Seite. Siehst du, Merville, rausgehen ist doch gar nicht so schlimm, sagte sie und Draco lächelte leicht. Am Ende hatte Mika wahrscheinlich recht. Er konnte sich nicht immer eingraben. Was sollte das bringen? Je mehr er sich versteckte und abschottete, umso mehr würden die Gerüchte entstehen und er musste zugeben, dass er diesen Nachmittag wirklich genoss. Er sah über seine Schultern und stockte. War das Potter? Verfolgte der Typ ihn nun auch noch hier? Aber der andere wirkte irgendwie nicht, als sei er hier, um sich zu vergnügen. Selbst aus der Entfernung sah Draco wie Blass, der junge Aura, war. Ich bin gleich wieder da, sagte er dann und zeigte auf seinen leeren Becher. Mika sah kurz zu ihm, nickte und wandte sofort wieder den Blick auf das Spielfeld. Kaum hatte Draco den Ausgang der Tribüne erreicht, hörte er einen Ruf hinter sich. Malfoy? Draco Malfoy? Er drehte sich um und hätte sich dafür am liebsten sofort selbst georfeigt. Drei Männer standen nun dicht vor ihm. Sie waren sicher einige Jahre älter als er selbst und wirkten nicht gerade so, als seien sie auf der Suche nach freundschaftlichen Kontakten. Siehst du, hab's dir doch gesagt, das ist er, der Todesser. Sagte nun einer der drei und sein grimmiges Lachen machte Draco Angst. Sofort drehten sich noch weitere Menschen hin zu ihm. Panisch blickte Draco hin und her. Sein Körper war wie erstarrt. Er konnte sich nicht rühren. Todesser, dunkles Mal, Lucius Malfoys Sohn, hat versucht, Albus Dumbledore zu töten. Mörder, Verräter, du weißt wer, böse. Hörte er die Menschen murmeln. Immer mehr kamen nun auf ihn zu, kreisten ihn ein. Nimm sein Handgelenk, rief einer und ehe Draco noch irgendetwas machen konnte, wurde er am Handgelenk gepackt und der Ärmel seines dunklen Pullis nach oben geschoben. Plötzlich blendeten ihn Kamerablitze und er schaffte es irgendwie, seinen Arm zurückzureißen. Du hättest dich weiter verstecken sollen, genau wie dein feiger Vater. Lass uns diesem Abschaum eine Lektion erteilen. Die Rufe der Männer waren jetzt ganz nah. Plötzlich traf ihn ein harter Schlag im Gesicht und er stolperte zurück. Nein! Hörte er einen weiteren Ruf und er wusste sofort, wer es war. Harry eilte zu der Menge, die Draco eingekreist hatte und stellte sich nun schützend vor den anderen. Was bei Merlin machen Sie da? Er ist ein Todesser! Ja, nimm ihn fest, Potter! Redeten die Menschen nun auf den jungen Mann ein. Warum sollte ich? Sagte er mit fester Stimme. Er beugte sich zu Draco und zog ihn auf die Beine, aber dieser sah ihn einfach nur wütend an. Dann riss er sich los und rannte weg. Ohne die Menge weiter zu beachten, rannte Harry ihm nach. Er holte ihn ein und nun standen sie in einer ruhigen Ecke des Stadions. Malfoy! Hey, Malfoy! Sagte Harry und Draco drehte sich langsam um. Seine Nase blutete und die Lippe war aufgeplatzt. Bist du in Ordnung? Wollte er wissen und kam näher, aber Draco blickte ihn nur angewidert entgegen. Du kannst das Theater jetzt sein lassen, Potter. Es ist niemand da, um dich zu fotografieren. Ernsthaft? Was ist dein Problem, Malfoy? Fragte Harry schockiert und lachte bitter auf. Du, im Moment! Spiel ihm der andere entgegen. Genau, das nächste Mal lasse ich sie einfach weitermachen. Bist du sicher? Dann kommst du vielleicht nicht auf die Titelseite. Höhnte Draco. Meinst du, ich will mit... Setzte Harry an und Draco hatte das Gefühl, einen weiteren Schlag ins Gesicht zu bekommen. Er blinzelte, um die aufkommenden Tränen zu verstecken. Was kümmert mich das überhaupt? Sagte Harry nun, drehte sich um und ließ den anderen stehen, ohne sich noch einmal umzusehen. Er war wütend und enttäuscht. Am Ende wurde er wütend auf sich. Warum hatte er das gesagt? Natürlich hatte er die Verletzung in Dracos Gesicht sofort gesehen. Aber der andere war ebenfalls nicht gerade nett gewesen. Aber war das eine Entschuldigung für das, was er gesagt hatte? Er konnte Dracos Wut nachvollziehen. Und doch. Harry, was war da draußen los? Wurde Ron wissen, als sein bester Freund wieder zurück in die Loge kam. Nichts. Nur ein paar Wichtigtuer. Seid mir nicht böse, aber ich gehe nach Haus. Grüßt Ginny, okay? Sagt er, gab Hermine einen flüchtigen Kuss, umarmte Molly und klopfte Ron auf die Schulter. Okay, also bis Montag. Sagte dieser. Harry nickte und war gleich darauf verschwunden. Was ist mit ihm? Wollte Molly besorgt wissen. Ron sah zu Hermine und seufzte. Er schläft schlecht. Sagte er und sah seinem besten Freund nachdenklich hinterher. Was ist mit ihm? Untertitelung des ZDF, 2020